Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe DanDeals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Knotneros und ich freue mich, wie schon letzte Woche, dass ich Tobi Kröger neben mir begrüßen darf. Schön, dass du da bist. Moin Knotty, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Heute, wie ihr schon mitbekommen habt, geht es um die Marktwerte in der ersten Bundesliga. Es gibt 157 Spielerwerte, die aktualisiert worden sind. Wir gehen jetzt hier auf ein paar ein, insgesamt 15, 10 Aufwertungen und 5 Abwertungen. Wenn ihr alle Werte natürlich nochmal nachlesen wollt, auf Transfermarkt.de gibt es natürlich alle Infos. Unter den Shownotes packe ich euch nochmal den Link, wo ihr direkt auf alle neuen Marktwerte kommt. Bevor wir zu den Aufwertungen kommen, vielleicht nochmal einmal kurz von dir. Wie kommt ein Marktwert zustande? Auf was schauen wir, damit wir den neuen Wert finden? Bei Transfermarkt setzen wir auf die Schwarmintelligenz der User. Wir sind ja allgemein bei Transfermarkt sehr Community-basiert und beziehen die Community alles mit ein. Und ja, gerade in der Marktwert-Analyse bieten wir ein Forum, wo jeder angemeldete User seine Meinung zu jedem Spieler abgeben kann. Und ja, dieser Meinung der Community folgen wir auch. Wir haben noch zwischengeschaltete Marktwert-Admins. Das sind User, die wir rausgesucht haben, die sich bei uns beworben haben, die quasi die Zwischenstelle zwischen uns bilden wollen, zwischen Transfermarkt und der Community, quasi die Stimme der Community nochmal übergeordnet sein wollen. Und dann schauen wir bei der Marktwert-Findung uns in der Marktwert-Analyse um, gucken bei jedem Spieler, was schreiben die User. Da sind, wie gesagt, sehr gute Beiträge dabei, auf die wir dann auch eingehen können, deren Argumente wir auch dann selber auch für uns übernehmen. Und ja, dann findet sozusagen mithilfe der Community dann ein Marktwert oder eine Marktwert-Findung statt. Das haben wir heute auch gemacht. Ich habe mich im Forum und in der Marktwert-Analyse wieder durchstöbert, um da wieder nach euren Beiträgen zu schauen. Ich habe da jetzt, glaube ich, so sieben, acht Stück rausgesucht, mit denen ich dich dann konfrontiere und gucke, ob das, was du dazu Schönes zu sagen hast. Wir machen das gleiche Prozedere wie bei der zweiten Liga. Wir schauen auf die zehn wertvollsten Spieler, die eine Aufwertung bekommen haben. Und dann schauen wir auf fünf Spieler, die eine Abwertung bekommen haben. Da nehmen wir, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, nicht die wertvollsten fünf, weil sonst würden wir nur über Bayern-Spieler sprechen. Da habe ich eine kleine Mischung gemacht. Wir können sonst noch mal gerne auf den einen oder anderen noch mal spontan kurz drauf eingehen. Starten aber, bevor wir mit den zehn wertvollsten anfangen, mit dem größten Gewinner des Updates. Der ist nämlich nicht unter den zehn wertvollsten. Die Rede ist von Alexander Pavlovic, geht von zwei Millionen hoch auf 23, der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler vom FC Bayern. Alexander Pavlovic ist, glaube ich, der Shootingstar der Saison. Das kann man ruhig so sagen. Ich habe ja eben von der Marktwertanalyse gesprochen, wo jeder User seinen Wert vorschlagen kann. Und da hatten wir wirklich in den letzten Tagen alles dabei gehabt. Von Vorschlägen nach dem Motto, wartet mal erst mal ab, macht mal fünf Millionen. Oder auch sehr gut begründete Beiträge, die sogar von 35, 40 Millionen gesprochen haben. Aber wenn man so den Durchschnitt nimmt, waren wir dann auch so in dem Bereich 25 Millionen. Und da muss man einfach sagen, auch mit dem Marktwert wird er jetzt in der Top 3 der wertvollsten defensiven Mittelfeldspieler unter 21 sein. Auf der Welt, das ist auf jeden Fall ein Topwert. Und den hat er sich redlich verdient. Also wer so in die Bayern-Elf reinkommt, teilweise, wenn man es nochmal so will, Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition drängt. Ein Wintertransfer von Palin ja auch nochmal quasi zerstört in dem Sinne, dass man bei den Bayern sagt, auf den Jungen wollen wir setzen. Ja, das sind auf jeden Fall Parameter, die wir einbeziehen wollten und auch gehabt haben. Und ja, 25 Millionen ist ein schöner Wert, ein großer Schritt für Pavlovich. Und ja, wir sind auch sehr gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Und wie gesagt, mit 19 Jahren schon so eine Rolle bei einem der größten Vereine der Welt zu spielen. Ja, ich denke aber, das ist vernünftig, dass man da halt nicht nur auf 5 oder 10 Millionen hochgeht, sondern da schon, ja, wie gesagt, ein sattes Plus, das Größte des gesamten Updates gibt von 23 Millionen Euro. Auch ein Plus in Höhe von 10 Millionen erhält Florian Wirtz. Der ist ja auch gerade, muss man sagen, in aller Munde. Da geht es von 100 auf 110 Millionen Euro für den Offensivspieler von Bayer Leverkusen. 20 Jahre jung, 28 Torbeteiligung in 36 Pflichtspielen diese Saison. Und bevor du dazu was sagst, haben wir die erste Stimme aus dem Forum. Und zwar vom TM-User Sojen. Der fordert nämlich 120 Millionen Euro und sagt dazu, was Wirtz noch fehlt, sind die Leistungsnachweise in der Champions League. Ansonsten sind seine Leistungen einfach nur beeindruckend. Gerade was die Kreation von Chancen anbelangt, ist das einfach nur überragend. In der aktuellen Marktlage sehe ich 120 Millionen als erzielbar an. Für noch mehr Marktwert fehlt mir der Qualitätsnachweis in der Nationalmannschaft und der Champions League. Jedoch halte ich es für prinzipiell möglich, dass die Nachfrage sogar jetzt schon noch mehr ergibt. Die Nationalmannschaft hatte jetzt zuletzt performt, aber war noch mit Luft nach oben. Was sagst du zu der Begründung auf den Wunsch 120 Millionen? Zuallererst muss man ja sagen, das sind sehr gute Gründe, die Sojen sagt. Ich kenne ihn noch, er war früher selber Marktwert-Admin, ist jetzt in die Marktwert-Analyse quasi zurückgekehrt, um dann nochmal die Meinung der User weiterhin zu vertreten. Das freut mich auch definitiv. Und ja, er nennt ja schon gute Argumente, die auch für 120 Millionen gesprochen haben. Wir haben da aber dann noch so ein bisschen einen anderen Gedanken dahinter und haben uns gesagt, okay, Florian Wirtz geht den nächsten Schritt. 110 Millionen ist damit auf einer Stufe mit Musiala und Kane. Er bildet quasi die Bundesligaspitze ab, was auch schon mal ein sehr, sehr großer Schritt ist, muss man ja auch einfach mal sagen. Und ich sage mal, die 110 Millionen, damit sind nur sechs Spieler wertvoller als er auf der Welt. Er teilt sich den siebten Platz mit Leuten wie Lautaro Martinez, Victor Ogiman und Declan Rice. Und er ist jetzt schon im Marktwert auf diesem absoluten Top-Level. Man muss aber auch sagen, und das hat Sojen ja auch sehr gut genannt, er hat noch keinen Leistungsnachweis in der Champions League. Er hat noch keine EM gespielt. Er hat keine WM gespielt. Das heißt, auf den drei ganz großen Bühnen hat er leider noch nicht stattgefunden. Wir können natürlich davon ausgehen, dass er die Leistungen bringen wird. Jetzt gerade am Wochenende war ja schon ein guter Schritt, auch bei der Nationalmannschaft, gegen Top-Gegner Frankreich mit seinem Tor. Aber um quasi noch weiter zu steigen, fehlen da noch ein, zwei große Bühnen, die er noch betreten muss. Und er ist, wie gesagt, er gehört zu den wertvollsten Spielern der Welt völlig zurecht. Aber für den nächsten Schritt müssen wir noch mal weiter abwarten. Allgemein wurden in der Bundesliga erst zweimal Werte über, oder ablösend über 100 Millionen Euro gezahlt. Das waren einmal Bellingham und einmal Ousmane Dembélé. Das heißt, man kann sich auch nicht sicher sein, dass die 100 Millionen unbedingt geknackt werden. Aktuell sagen wir, der Marktwert gibt es her. Wie viel es dann diesen Sommer oder dann im nächsten Sommer werden, hängt auch von ihm ab, hängt von der EM ab. Und das wird auf jeden Fall spannend. Müssen wir mal schauen, wie es da noch weitergeht. Aber ich glaube, ich kann da auch für alle sprechen. Jeder, der den Fußball liebt, liebt auch Florian Wirz. Ich glaube, da gibt es wenige, die da was anderes behaupten. Würde ich zumindest einmal so von mir mitgeben. Wir bleiben im offensiven Mittelfeld, gehen zu Xavi Simmonds. 20 Jahre alt, 22 Torbeteiligung in 36 Pflichtspielen. Da steigt der Marktwert um 10 Millionen, ebenfalls von 70 auf 80. Xavi Simmonds spielt auch eine, würde ich sagen, für seine erste Bundesliga-Saison fast schon eine überragende Saison. Ist noch ein bisschen weniger konstant, vielleicht auch als Wirz. Bringt aber, wie du schon sagst, die Scorer mit. Ist ein Spieler, der wirklich für sehr viel Interesse sorgen wird auf dem Markt. Wir wollen da noch mal weiter hochgehen, um auch seine Entwicklungen noch mal quasi damit zu dokumentieren. Und bei Xavi Simmonds stehen wir auch vor einem sehr interessanten Sommer. Wie wird er bei der EM spielen und wie geht es weiter mit ihm bei seiner Zukunft? PSG hat ihn ja letztes Jahr geholt, ausgeliehen nach Leipzig. In Leipzig würde man, glaube ich, mittlerweile alles tun, um ihn noch mal ein Jahr halten zu können. Das wird schwierig. Sonst ist er auch ein Kandidat wahrscheinlich für jeden Top-Club. Wenn nicht PSG sogar sagt, wir müssen auf ihn setzen, was man, glaube ich, den Parisern auch empfehlen würde. Wäre mal nicht verkehrt, wenn sie mal auf Eigengewächse bauen würden. Natürlich, er kommt auch ein bisschen aus La Masia, aus Barcelona. Er ist dann aber auch schon früh den Schritt zu PSG gegangen. Bin ich gespannt, wie es da auch, Stichwort Mbappé und Co., haben wir auch schon in den vorherigen Podcasts drüber gesprochen, weitergeht. Aber den Parisern wäre mal geraten, da ein bisschen mehr vielleicht auf die eigene Jugend zu setzen und nicht die massigen Ablösen zu zahlen. Und man sieht ja auch einfach den nächsten Schritt, den er gemacht hat. Also auch, wie er die große Bühne nutzt, sein Rückspiel im Bernabeu, auch wenn es dann letztendlich nicht mit dem Torerfolg und Weiterkommen geklappt hat. Das sind ja diese Spiele, wo du solche Talente oder angehende Stars testen willst, wo du sagst, okay, heute Rückspiel, Champions League, Santiago Bernabeu, heute wollen wir was sehen. Und er hat da wirklich eine sehr, sehr gute Performance hingelegt, was dann auch nochmal zeigt, okay, auf diesem Niveau ist er auch angekommen. Und wie gesagt, mal schauen, wie es da weitergeht. Bin ich mir aber auch sehr sicher, dass es da den Karriereweg noch weiter steil nach oben gehen wird. Wir bleiben bei RB Leipzig, gehen, was die Position angeht, aber einen weiter nach vorne und zwar in die Sturmspitze zu Luis Opender, 24 Jahre alt, Mittelstürmer. Da geht es hoch von 55 auf 60 Millionen Euro, 27 Torbeteiligungen, 37 Pflichtspielen, also der weiß auch, wo die Bude steht. Und auch hier haben wir wieder eine Usermeinung aus dem Forum und zwar von nurderTGV1977. Der hat geschrieben, RB hat für ihn schon eine ordentliche Summe gezahlt, er zeigt schon die ganze Saison, was er kann. Mir fällt aber auf, dass er entweder in einem Spiel richtig gut ist oder er sehr schwach ist. Er ist aber mit 24 auch noch sehr jung, deswegen würde ich ihm erstmal einen Marktwert von 60 Millionen geben. Ja, da hat er ja den Marktwert schon direkt getroffen. Wieder ein gutes Beispiel dafür, hat eigentlich fast alles gesagt. Stimmt uns auch bei dem Marktwert zu. Da kann ich noch dazu sagen, es ist ja auch ein wichtiger Teil der Marktwerte, dass wir sagen, wir haben eine Vergleichbarkeit zu anderen Ligen. So, da haben wir uns dann zum Beispiel in Italien umgeschaut und gesehen, okay, Markus Thüram spielt eine sehr, sehr gute Saison bei Inter Mailand. Hat auch die Champions League, ist Nationalspieler ungefähr im gleichen Alter. Die Scorer sind recht gleich, dass wir sagen, okay, das sind so zwei Spieler, wo man sagen kann, das passt vom Vergleich sehr gut. Auch von der Art des Spiels sind ja auch technisch gute Stürmer, die aber gerade auch als Zweierspitze super funktionieren würden als zweiter Stürmer. Und dass wir da gesagt haben, okay, Thüram ist auf 60 Millionen gegangen, das würden wir bei Open da auch machen. Und ja, daran sieht man zwei Spieler, die wirklich bei ihren neuen Vereinen angekommen sind und sich vielleicht sogar schon wieder empfohlen haben für mehr. Ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt, man darf den Wert nie als Einzelnes sehen, sondern man muss es immer halt im Vergleich zu anderen Spielern in dem Alter, auf der Position, in der Liga vergleichen. Und da ist es dann halt gut, auch nochmal von dir den Punkt zu bekommen. Ihr wisst, Marktwerte sind immer ein gutes Streitthema. Man findet, es ist schwierig, da immer genau den Wert zu treffen, mit dem alle zufrieden sind. Aber es ist nicht so, dass es der Wert ist nur für diesen Spieler alleine, sondern man muss es halt einfach vergleichsweise sehen mit anderen Spielern, damit das grob natürlich im Gesamtkonstrukt der ganzen Marktwertliste quasi hinkommt. Und ein Spieler, über den auch, was den Marktwert angeht, sehr, sehr viel diskutiert wird, ist Alejandro Grimaldo, Linksverteidiger, beziehungsweise linker Flügelschien-Spieler von Bayer Leverkusen, 28 Jahre alt, 26 Torbeteiligung in 37 Spielen. Ich sage jetzt noch nicht, auf welchen neuen Marktwert er geht. Ich lese nämlich erstmal ein weiteres Zitat aus dem Forum vor, und zwar von BTSV Ogel. Der schreibt, überragende Scorer, sehr konstant und eine tragende Rolle in einer vermutlichen Meistermannschaft. Ein Wert nahe 50 Millionen ist bei den Leistungen Pflicht. Allzu hoch sollte man jedoch nicht aufwerten, schließlich wird er dieses Jahr noch 29. Für einen potenziellen Abnehmer würde es vermutlich keinen Wiederverkaufswert mehr geben. Sofern er die Leistung nächste Saison nochmal bestätigt, kann man aber natürlich weiter aufwerten. Irgendein Engländer, der 100 Millionen zu viel auf dem Konto liegen hat, findet sich heutzutage schließlich relativ leicht. Er geht hoch um 10 auf 45. Genau, zu der Meinung kann man auch nochmal gut sagen, der Marktwert ist aus Transfermarktsicht kein Leistungswert. Also es gibt Unterschiede zwischen Leistungswert quasi und unserem Marktwert. Dass man sagt, okay, wir schauen, wie es das Gesamtpaket eines Spielers ist. Bei Grimaldo muss man sagen, er wird dieses Jahr noch 29, ist also in Fußballersicht nicht der Jüngste. Wir wissen ja leider, wovon man da redet in dem Fall. Und ja, man muss bei ihm einfach sagen, dass er auch auf einer Position spielt, Linksverteidiger, wenn du es vielleicht noch so willst, Wingback. Je nachdem, wo ja auch in der Spitze recht wenig Ablöse bezahlt wird. Und wenn man sich die Transferrekorde anguckt auf der Linksverteidigerposition, muss man sagen, es gibt auch nur vier, fünf Spieler über ihn, die mehr gekostet haben. Da ist zum Beispiel ein Lucas Hernandez dabei zu den Bayern. Natürlich kann man sich da noch streiten, kam er jetzt als Linksverteidiger in Verteidiger. Da ist ein Marco Cucurella dabei, der von Brighton zu Chelsea innerhalb der Premier League gegangen ist. Sprich, da hat man noch die Premier League-Erfahrung mitgezahlt. Dann ist ein Fernand Mondi, der zu Real Madrid gegangen ist. Also da muss man schon auch auf die Historie gucken und sagen, was ist möglich in Sachen Ablöse, Marktwert. Und es ist ja auch so, dass der Marktwert ja auch keine quasi Vorhersage der Ablöse ist. Das heißt, er könnte theoretisch auch für die angesprochenen 50 wechseln, ohne dass der Marktwert per se falsch ist. Aber wir haben uns da auch noch mal quasi auch an seiner Konkurrenz noch mal bedient und nachgeschaut. Okay, Lucas Hernandez ist gleich alt, Weltmeister, Champions-League-Sieger, spielt bei PSG, hat jetzt den gleichen Marktwert. Und alle, die mehr haben auf seiner Position als Grimaldo, sind halt auch deutlich jünger. Sprich, wir sind da schon an die absolute Grenze gegangen. Ich kann aber auch als Marktwert-Admin natürlich auch verstehen, dass wenn jemand von außen sich Grimaldo anschaut, die Saison bei Leverkusen und sagt, komm, mach die 60 voll, mach die 70 voll. Weil uns überzeugt er in jedem Spiel. Ich meine, wir sehen es ja Woche für Woche, das sind überragende Leistungen. Aber da muss man dann auch einfach sagen, dann ist der Marktwert dann noch mal eine andere Nummer. Und damit ist er jetzt mit 45 Millionen für einen 28-jährigen Linksverteidiger schon wirklich sehr, sehr weit oben, sag ich mal. Wir sind ja auch nahe, nahe rangegangen. Er hat geschrieben, nahe 50 Millionen. Ich glaube, da ist 45 nicht allzu weit entfernt. Ein bisschen weiter runter im Marktwert geht es, wir gehen auf die 40 Millionen. Und zwar hat die 40 Millionen Marke Donjel Mahlen geknackt, deren Aufwertung in Höhe von 5 Millionen erhält. 25 Jahre alter Rechtsaußen von Borussia Dortmund. Diese Saison 18 Torbeteiligung in 33 Pflichtspielen. Ich glaube, man kann bei Mahlen schon sagen, das ist auf jeden Fall der formstärkste Spieler aktuell beim BVB. Gute Saison, gute Torbeteiligung, wie du schon gesagt hast. Auch da müssen wir schauen, wie ist er zu seiner Konkurrenz bewertet. Man muss auch bei ihm sagen, er kam vor drei Jahren in der Corona-Zeit quasi für ungefähr seinen aktuellen Marktwert. Ist er jetzt attraktiver für den Markt quasi? Er hatte eine erste schwächere Saison. Jetzt ist er wieder im Aufwind, zeigt eigentlich das, was man erwarten konnte von ihm. Es gibt immer mal wieder Gerüchte, aber auch bei den Gerüchten, muss man sagen, sind jetzt nicht so viel höhere Summen im Gespräch. Das heißt, wir gucken uns das Gesamtpaket Donjel Mahlen an und sagen, okay, die 40 Millionen ist aktuell ein Wert, der zu ihm passt. Aber auch hier muss man schauen, natürlich Richtung Transfersommer, gibt es da noch neue Marktsignale in dem Sinne. Und dann könnte ich mir auch noch vorstellen, dass es einen Tick für ihn hochgeht. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Angeblich ist er ja auf der möglichen Verkaufsliste beim BVB. Vielleicht kriegen wir ja auch da im Sommer ein Zeichen, wo es hingehen könnte. Aktuell in der Gerüchteküche gehandelt. Liverpool, Arsenal, er hat gesagt, sein Traum ist es, Premier League zu spielen, den möchte er sich erfüllen. Wenn man jetzt den Quellen Glauben schenken mag, möchte Dortmund um und bei 40 bis 50 Millionen für ihn haben. Aber du hast schon gesagt, da wird man in den nächsten zwei, drei Monaten Richtung EM oder mit der EM auch schlauer, ob es da weitere Interessenten gibt und die Zahlen, die dann genannt werden, ob die konkreter werden. Bis dahin muss man sagen, das Formhoch, was er jetzt gerade hat, auch nicht nur beim BVB, sondern auch in der Nationalmannschaft, dem schenken wir Wert gerade. Deshalb die kleine Aufwertung. Aber nur weil jetzt sagt Dortmund will 50, sagen wir nicht, gut, wir packen ihn auf einen Marktwert von 50 Millionen. So funktioniert das dann doch nicht ganz. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, weil viele, die sich nicht so jeden Tag mit den Markwerten beschäftigen, sagen wir, der BVB würde ihn nicht unter Summe X abgeben und die ist dann häufig höher als der Marktwert. Aber diese Argumentation zählt bei dem Marktwert nicht, weil es uns nicht darum geht, quasi in den Raum zu stellen, für wie viel der BVB ihn abgeben würde, sondern was andere Marktteilnehmer, sprich andere Vereine im Grunde für ihn zahlen würden. Da ist der Marktwert ein Richtwert. Und wir sagen nicht, okay, für 40 Millionen ist er weg oder 40 Millionen sollte man für ihn bezahlen, sondern es ist halt ein Richtwert. Und wie wir haben ja vorher schon gesagt, ein Donnie Mahlen kann für den BVB einen höheren Wert haben, als er für andere Spieler hat. Aber dann wären wir auch wieder bei dem Thema Leistungswert, Marktwert. Das ist also auch ein Punkt, den man zwar irgendwie im Hinterkopf behalten muss, aber es ist kein Argument für einen höheren Marktwert, wenn man sagt, Verein XY würde den Spieler nur für eine ganz, ganz hohe Summe abgeben, weil darum geht es eigentlich bei dem Marktwert nicht. Wir gehen zurück zu einem Verein, den wir ja auch schon vertreten hatten, doppelt bisher, und zwar zu RB Leipzig, zum Mittelsturm, und zwar zu Benjamin Tscheschko. Da geht es auch hoch von 30 Millionen auf 40, ein Plus von 10 Millionen. Diese Saison 13 Torbeteiligungen in 34 Pflichtspielen, vier Tore und zwei Vorlagen in den letzten acht Bundesligaspielen. Und in den sechs, wo er von Anfang an gespielt hat dort, hat er immer gescored. Tscheschko bringt alles mit, muss man einfach so sagen. Das ist ein moderner Mittelstürmer, wenn man so will, groß gewachsen. Er ist extrem schnell. Da muss man auch immer sagen, diese Mischung, einen Stürmer zu haben, der fast auf die 36 kmh kommt, aber auch nah an die zwei Meter kommt, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgekuckt, ich würde so sagen, zwischen 1,90 und 1,95 ist er. Gute Technik, er bringt also wirklich das Gesamtpaket mit, was es auch auf dem Transfermarkt gar nicht so häufig gibt. Er hat noch ein, zwei Schritte zu gehen, gerade bei Leipzig. Einen hat er jetzt gemacht, wie du schon gesagt hast, er hat sich durchgesetzt, ist jetzt Stammspieler. Gerade vielleicht noch in der Champions League hat man gesehen, gegen Real, da wurden jetzt einige Chancen vergeben, wo man wahrscheinlich in drei Jahren sagen würde, okay, Tscheschko geht hier vielleicht sogar mit dem Hat-Trick aus dem Spiel. Wäre möglich gewesen? Kann man noch nicht von ihm erwarten. In der Premier League wird da ganz heiß gehandelt. Also da hat Leipzig wirklich einen sehr guten Transfer gemacht, in Zusammenarbeit mit RB Salzburg. Ist das auch ein verhältnismäßig größeres Plus, weil man aktuell weiß, junge Mittelstürmer, die groß sind, die schnell sind, da gibt es gerade einfach einen unfassbar großen Markt und da werden sehr, sehr hohe Summen für bezahlt? So was ist immer im Hinterkopf. Aber wir müssen ja trotzdem noch schauen, wie ist die aktuelle Lage. Und du hast es ja auch gesagt, er hat sich durchgesetzt. Die Statistiken werden immer besser. Und dann ist er halt ein junger Stürmer, der bei Leipzig Stammspieler ist. Sprich, macht er so weiter, wird es auch weiter hochgehen. Aber dass er ein Spieler ist, der vielleicht auch in den nächsten Jahren wirklich 80, 90, 100 Millionen kosten könnte, wenn es so weitergeht, ist auf jeden Fall im Hinterkopf. Aber das ist ja mal so ein Versprechen in die Zukunft. Das ist dann auch ein Thema von morgen. Also das können wir jetzt zwar im Hinterkopf behalten, aber das können wir jetzt nicht 1 zu 1 mit in den Marktwert packen. Wir gehen zurück zu Borussia Dortmund, zum 22-jährigen Linksverteidiger, der seit Winter dort ist. Ihren Matzen von 20 Millionen geht es um 10 Millionen hoch auf 30 Millionen Euro. Matzen war ein super Einkauf vom BVB. Also klar, er ist ein Leihspieler, aber ein guter Transfer hat sich direkt zum Leistungsträger entwickelt. Bei Chelsea ist er ja wenig zum Einsatz gekommen. Aktuell hat er aber schon bei Burnley zuletzt gezeigt, was er drauf hat. Burnley hat auch ein Angebot gemacht, so knapp um die 38 Millionen. Im Sommer, was dann auch wieder zeigt, okay, die Premier League kann immer noch mal 10 Millionen drauflegen, wenn sie Lust auf einen Spieler haben. Er hat sich ins europäische Schaufenster gestellt, gerade, da haben wir schon drüber gesprochen, bei den Linksverteidigern. Gibt es jetzt im hohen Marktwertsegment auch jetzt nicht ganz vielen Spieler, die in der Konkurrenz machen können, so, dass er für den Sommertransfermarkt sicher bei dem einen oder anderen Verein ein guter Kandidat sein wird. Vielleicht auch beim BVB, aber das wird ein teures Unterfangen, wenn sie ihn haben wollen, weil er auch einfach gute Leistungen zeigt in der Champions League und in der Bundesliga und das definitiv Lust auf mehr macht. Dementsprechend möchte Dortmund ihn natürlich auch halten. Da bin ich sehr gespannt, inwiefern das im Bereich des Möglichen ist. Du hast es schon angesprochen, Burnley hat schon viel geboten. Da ist die Frage, was ist im Bereich des Möglichen, was die Ablöse angeht für den BVB. Bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, so viele Chancen würde ich mir als BVB aktuell nicht ausmachen, wenn du Konkurrenz aus der Premier League hast. Premier League Interesse gibt es auch an unserem nächsten Spieler, der aufgewertet wird. Und zwar geht es um Jonathan Thar, Innenverteidiger von Bayer Leverkusen, 28 Jahre alt. Und hier haben wir mal wieder ein schönes User-Zitat rausgesucht von dem TM-User Marzu Pilami. Und zwar, hier halte ich 35 Millionen mittlerweile auch für die Untergrenze. In der Liga über die gesamte Saison eine Bank, in der Nationalmannschaft jetzt Stammspieler bei der Heim-EM und auch Kommunikator in der Kette. Diese Entwicklung hätten ihm wohl nicht mehr viele mit Ende 20 zugetraut. Ein Glück existiert, keine Ausstiegsklausel mehr im Vertrag. Ein Wechsel im Sommer scheint aber nicht so unwahrscheinlich zu sein. Er geht hoch, um 5 Millionen auf 30. Gefordert wurden hier vom User 35 Millionen. Auch hier kann ich sagen, erst mal gut argumentiert. Könnte man eigentlich so mitgehen. Aber da muss ich auch sagen, wir sind noch mal ein Stück drunter geblieben. Das kann ich natürlich auch erklären. Bei Jonathan Thar muss man sagen, auch er, er kommt so langsam in die Prime, gerade was so sein Alter angeht. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich einig, dass gerade so bei Innenverteidigern so vielleicht die Zeit zwischen 28 und 31 so die Zeit ist, wo sie auch am stabilsten sind. Bei Thar muss man hingegen aber auch sagen, Masu Pilami spricht von Hatsch oder spricht schon die Ausstiegsklausel an. Die war halt jetzt auch in den letzten Jahren, wo Thar auch gut gespielt hat, war sie aktiv gewesen und gefühlt ist kein Wechsel zustande gekommen, obwohl wir ja einmal darüber gesprochen haben. Verein XY ist an ihm dran. Und ja, man muss in dem Fall sagen, Stand jetzt oder bisher war der Leistungswert oder ist der Leistungswert höher als der Marktwert. Also es gibt aktuell keine großen Anzeichen, dass wir hier über Summen von 35, 40, 45 Millionen sprechen würden. Deswegen haben wir jetzt quasi seinen Status angepasst. Er ist noch mal hochgegangen, dadurch, dass er jetzt auch bei der Nationalmannschaft eine größere Rolle spielt mit Leverkusen, um die Meisterschaft spielt oder sie auch dann holen wird. Aber es gibt für gewisse Spieler auch Grenzen und dann sind wir halt beim 28-jährigen Innenverteidiger, der jetzt auch schon seit neun Jahren bei Leverkusen spielt und er muss ja auch nicht wechseln. Ich meine, wir können uns ja auch in der Bundesliga alle freuen, wenn im Sommer nicht jeder Leverkusens Spieler woanders hin wechselt. Aber dann ist er auch dann ein Fall, wo der Leistungswert vielleicht höher ist als der Marktwert an sich, weil das wollen wir in dem Fall erst mal sehen, dass Signale vom Transfermarkt von anderen Vereinen in der Richtung kommt. Er muss hoch, wie gesagt, ist auch verdient, aber er ist erst mal ein Spieler, wo man vielleicht im Gegensatz zu anderen Leverkusens Spielern auch die Grenze eher noch mal ein Stück niedriger halten muss. Grundsätzlich natürlich, wir haben die Meinung, wie gesagt, von Masupilami mit einbezogen, ist ja auch gut argumentiert. Das ist aber einer von den wenigen Fällen, wo man dann sagt, okay, man bleibt dann noch mal drunter. Auf die gleiche Stufe geht es für den Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, und zwar William Paco, 22 Jahre alt. Top-Neuzugang, muss man sagen, der SG mit Koch zusammen, Top-IV-Duo, was sie neu verpflichtet haben. Gibt jetzt schon großes Interesse auf dem Markt, Arsenal, Liverpool, Man United, Newcastle, Tottenham, allein aus der Premier League, Neapel und Real Madrid, die da bei uns in der TM-Gerüchteküche am Start sind und interessiert sind. Um sechs geht es hoch auf 30 Millionen, gleicher Wert wie Jonathan Tarr. Genau, auch hier kann man halt den Vergleich ziehen. Also wenn wir uns nur die Leistungen individuell angucken, steht Tarr über Paco, das ist einfach so. Schaut man sich aber das Gesamtpaket Paco an, muss man sagen, er ist interessanter für die meisten Vereine. Ich würde vielleicht noch mal den Quervergleich ziehen zu Micky van de Veen, der auch eine Saison in der Bundesliga gespielt hat, jung, ähnliches Alter, und war auch einer der Senkrechtstarter der Saison, ist direkt für 40 Millionen zu Tottenham gegangen. Wir haben noch diesen Zwischenschritt bis zum Sommer. Ich glaube aber, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir bei William Paco was Ähnliches oder eine ähnliche Entwicklung im Sommer sehen werden. Der wird, wie du schon gesagt hast, ist heiß begehrt, wird wahrscheinlich eine große Rolle auf dem Transfermarkt spielen. Und auch da muss man sagen, die Vereine werden dann wohl eher gucken, dass sie den 22-Jährigen holen, wo sie noch Potenzial für bestenfalls die nächsten zehn Jahre sehen und noch eine Weiterentwicklung. Und ja, für Tarr wird es Argumente geben auf dem Transfermarkt, aber ich glaube für Paco noch mal ein bisschen mehr. Es ist jetzt ein Zwischenschritt. Ich bin gespannt, wo es da im Sommer noch hingehen kann, wenn er seinen aktuellen Weg weitergeht und auch weiter bestätigen kann. Vor allem da natürlich der Unterschied, einen Paco kannst du jetzt natürlich verpflichten für, sagen wir mal, 40 im Sommer. Kannst du aber in drei Jahren dann immer noch mal für 50, 60 weiterverkaufen, wenn er dann halt dann 25, 26 ist. Ein Tarr wird mit Anfang 30 nicht mehr die große Ablöse einnehmen können oder einbringen können, wie es bei einem Paco der Fall ist. Also du kaufst bei Paco einfach die Zukunft mit ein. Absolut. Im besten Fall. Zukunft einkaufen könnte man auch beim nächsten Spieler, auf den wir schauen. Offensiv-Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart, 21 Jahre alt, 14 Torbeteiligungen, 28 Spielen. Ich denke mal, ihr wisst schon, um wen es geht. Und zwar um Enzo Milo. Auch hier haben wir eine Meinung aus dem Forum, und zwar von TM-User NRW Power. Der fordert 29 Millionen Euro. Aktuell ist er 25 Millionen Euro wert. Und danach sage ich dir, oder euch natürlich, auf wie viel er aufgewertet wurde. Hier einmal seine Begründung oder seine Aussage. Ich fand die letzte Aufwertung sehr hoch, wäre daher diesmal etwas konservativer. Ich bleibe aber dabei, dass Milo und Ito die Spieler sind, die die höchsten Angebote anlocken und auf die die absoluten Top-Teams Europas sicherlich blicken. Noch vor Undaf, Girassi oder Führig. Milo ist in der Liga schon einzigartig, eine Mischung aus Wirz und Palacios vom Typ. Dabei sind seine Qualitäten schwer in Statistiken messbar. Er zieht so unglaublich viele Räume auf durch seine Positionierung. Er ist absolut pressing-resistent, verliert so gut wie nie den Ball, auch gegen mehrere Gegner. Hier haben wir das andere Beispiel. Die User waren sogar konservativer als wir. Du hast gerade gesagt, haben 29 Millionen gefordert. Wir sind sogar noch mal ein Stück höher gegangen, 30 Millionen. Der User sagte schon, das Gesamtpaket von Enzo Milo ist einfach herausragend. Er hat eine super Technik, ist aber auch gut im Zweikampf. So, ihn kannst du anspielen. Er ist absolut pressing-resistent. Du kannst ihm fast nicht den Ball abnehmen. Dann noch mal wirklich die Technik, die man auch noch mal hervorheben muss, ist bei der U21 Frankreich. Sprich, würde er noch mal diesen höheren Schritt machen, quasi Frankreich-Nationalmannschaft. Das wäre dann gerade für den Marktwert noch mal ein sehr gutes Argument, da sogar noch höher zu gehen. Wir sind überzeugt davon, dass er viele Top-Teams ansprechen könnte mit seinem Profil. Dass er sehr begehrt sein sollte, ist auf jeden Fall einer der besten Mittelfeldspieler der Liga, sagen wir. Und deshalb sind wir sogar noch höher gegangen auf 30 Millionen. Mal schauen, was da noch die Zukunft bringt. Könnte vielleicht noch in den Scorern noch ein bisschen auffälliger werden. Wobei auch da, man kann nicht jeden Spieler nach Scorern bewerten. Das muss man auch noch mal sagen, weil man ja auch im Marktwert oft denkt, okay, quasi jedes Tor bringt noch mal 5 Millionen obendrauf. Und das ist halt auch nicht der Fakt. Ist aber immer ein gutes Zeichen, muss man auch sagen, in Sachen Marktwert, wenn man auffällig ist und Tore macht. Das sowieso. Aber ich finde hier gerade, was der User geschrieben hat, NRW-Power, da muss ich noch mal sagen, da merkt man, da steckt Fußballfachwissen dahinter. Wenn man sowas schreibt, wie von wegen halt, seine Qualitäten sind dabei schwer in Statistik messbar. Weil daran sieht man halt, der User hat sich wirklich mit diesem Spieler beschäftigt, erkennt ihn, beziehungsweise er hat sich mehrere Spiele von Stuttgart angeguckt und weiß, dass es halt nicht nur wichtig ist, Scorer zu machen, gehört natürlich dazu als offensiver Mittelfeldspieler, aber auch ganz andere Sachen. So ein Thomas Müller, natürlich hat er auch heftige Scorer-Werte, keine Frage, aber wie der sich bewegt, was der für Wege macht, um halt seine Mitspieler besser zu positionieren, beziehungsweise dem größere Räume zu geben. Das sind halt auch Werte oder Fähigkeiten, die man haben muss, die aber halt nicht direkt erkennbar sind. Aber wie gesagt, es freut mich sehr, dass das in der Marktwertanalyse so erkannt wird. Genau, in dem Fall freut mich das auch, weil ich ja schon am Anfang gesagt habe, wir haben da auch wirklich hochqualitative Beiträge und es ist ja auch wirklich schön, wenn man die Marktwerte macht und dann reinschaut und sieht, du hast es schon gesagt, dass auch der Spieler nicht einfach nur nach Statistiken bewertet wird, sondern auch nochmal auf den Spielertyp eingegangen wird. und ich sage mal, du hast es ja vorhin gesagt, wir haben knapp 150 Spieler bewertet in diesem Zwischenupdate, wo ja nur für uns besondere Fälle angepasst werden. Aber wir haben ja wie viele Spieler? 700, 800 Spieler in der Liga und wir schauen uns halt wirklich jeden Einzelnen an. Und man hat ja auch dann schon so eine Meinung, was man mitbekommt von einem Spieler und wenn dann noch solche Beiträge dabei sind, wo man dann auch wirklich sagen kann, ja, da spricht mir 1 zu 1 quasi aus dem Herzen so, dann ist es nochmal sehr gut zu sehen und zeigt dann auch, dass man den Spieler auch selber wirklich gut wahrgenommen hat oder das Richtige sieht. Und ja, Millot ist auch einer so als Spieler, man sagt, da macht es wirklich Spaß zuzugucken. Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Nochmals, das waren jetzt wie gesagt nur mit Pavlovic 11 Aufwertungen, auf die wir geschaut haben. Wenn ihr alle weiteren Aufwertungen euch anschauen wollt, könnt ihr das natürlich auf transfermarkt.de nachlesen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Es gibt einen Link in den Shownotes dazu. Es gibt aber natürlich auch nicht nur Aufwertungen, sondern logischerweise auch genügend Abwertungen. Hier machen wir es nicht so wie in der zweiten Liga, dass wir auf die fünf wertvollsten Abwertungen gucken, weil dann hätten wir nämlich wirklich nur Bayern-Spieler. Um da ein bisschen Varianz mit reinzubringen, haben wir uns da ein bisschen was anderes überlegt, aber haben sozusagen fünf Spieler genommen, die schon eine große, hohe Abwertung erhalten haben und starten mit Joshua Kimmich, zentraler defensiver Mittelfeldspieler von Bayern, jetzt seit neuestem wieder Rechtsverteidiger, 29 Jahre alt. Und hier haben wir auch ein Zitat aus dem Forum, aus der Marktwertanalyse vom TM-User Fußballliebe. Der schreibt, der Markt gibt keinerlei Referenz, dass ein 29-jähriger defensiver Mittelfeldspieler 75 Millionen einbringen könnte. Ich sehe bei Kimmich das Alleinstellungsmerkmal nicht, dass er hier Schallmauern durchbrechen könnte. Man United hat mal 70 Millionen für Casemiro bezahlt, ein Spieler, der zigmal die Champions League gewonnen hat und als der Abräumer schlechthin im Weltfußball galt. Wenn man weitergeht und mal Abnehmer wie Al-Itti halt herausnimmt, ist der nächste Rekordtransfer in diesem Alter Matic für knapp 45 Millionen. Und dem haben wir sozusagen Folge geleistet. Es geht runter um 15 Millionen auf 60 Millionen Euro. Ja, der User Fußballliebe liebt den Fußball, liebt die TM-Statistiken, hat er mal richtig nachgeschaut und man kann ihm einfach nur zustimmen. Kimmich ist isoliert für sich betrachtet, glaube ich, können wir immer noch sagen, Top-Spieler, wenn er richtig eingesetzt wird. Aber er ist jetzt auch 29 geworden. Und wie schon Fußballliebe sagt, bei dem Marktwert kann man halt nicht nur auf die Leistung schauen, sondern man muss, oder was der Spieler mal erreicht hat, sondern wir müssen auch in die Transferhistorie gucken. Und dann muss man einfach sagen, selbst wenn du auch Top-Sechser haben kannst, ab einem gewissen Alter, ab einem gewissen Gesamtprofil gibt es keine hohen Ablösen mehr. Also da mussten wir reagieren. Die Referenztransfers wurden ja eigentlich schon genannt. Bei Kimmich kommt er noch dazu, jetzt spielt er Rechtsverteidiger. Wir müssen auch erstmal schauen, für die Zukunft, wie geht es da überhaupt weiter. Weil wenn ich schon sage, wir sind beim defensiven Mittelfeldspieler nicht gerade bei der teuersten Position, Rechtsverteidiger ist nicht gerade... Dann wird sich in Sachen Marktwert die Situation für ihn als Rechtsverteidiger in Zukunft wahrscheinlich nicht bessern. Grundsätzlich immer noch einer der größten Starspieler, die Deutschland hat. Ich glaube, nachdem er jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen auch das Gesicht des Niedergangs des deutschen Fußballs war, wenn man es jetzt mal so nennen will und bei den Bayern auch es nicht ganz so gut lief wie sonst, glaube ich schon, dass so in den letzten drei, vier Wochen das auch wieder ein bisschen bergauf ging bei ihm und auch zeigt, dass er eine gewisse Qualität hat. Mit 60 Millionen, muss man ja immer sagen, ist er immer noch top, top bewertet. Das ist ja nicht so, dass er jetzt ein schlechter Spieler geworden ist, sondern er ist immer noch im Top-Segment, was den Marktwert angeht. Genau, das kommt noch dazu. Es hört sich immer hart an und es tut eigentlich auch selber ein bisschen weh, wenn man sagt, okay, man wertet jetzt einen Spieler um 15 Millionen ab, weil man dann ja auch immer das Gefühl gibt, alles läuft schief. Aber das ist bei ihm eigentlich nicht wirklich so. Natürlich, es läuft nicht mehr so wie noch vor einigen Jahren, aber wir müssen jetzt einfach auf sein Profil schauen, sehen 29, er spielt nicht auf den Positionen, die wirklich die hohen Ablösen bringen und dann müssen wir jetzt langsam Schritte gehen, wo es runter geht. Und wir haben ja, ich habe die Markwertanalyse ja schon angesprochen, da gab es gerade zu Kimmich extrem viele Beiträge und wirklich lange Beiträge, auch gute Argumente auf beiden Seiten. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, den kannst du nicht abwerten, er hat immer noch dieses Standing im Weltfußball. Dann gab es aber auch gute Argumente dafür zu sagen, man geht noch weiter runter. Letztendlich, wenn wir dann seins Red auswerten und uns alle, auch alle Argumente der Community angucken, muss man schon sagen, für die 60 Millionen gab es die besten Argumente und da haben die Leute auch am besten argumentiert und wir haben uns da eigentlich angepasst. Wir hatten schon diese 60 Millionen eigentlich auch schon im Kopf gehabt vorher, bevor wir in die Meetings gegangen sind. Aber da konnte man quasi die Forderung der Community komplett mitgehen und sagen, das ist wirklich sehr gut argumentiert, 60 Millionen sollte als Zwischenschritt erstmal passen. Wir machen weiter mit einem Linksverteidiger vom FC Bayern, Alphonso Davies, 23 Jahre alt. Da geht es auch runter und bevor ich da wieder den neuen Marktwert sage, auch hier ein Zitat aus dem Forum vom TM-User Nektro. Der schreibt, Fonsi hat schon lange keine Höchstleistung mehr abrufen können, sei es offensiv oder defensiv. Dann kommt die überschaubare Spielzeit in dieser Saison hinzu. Wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht, die aber keine Unsummen ausgeben wollen mit einem Jahr Restvertrag. denke, 60 Millionen würden seiner aktuellen Situation gerecht werden. Und dreimal dürft ihr raten, auf welchen Wert er geht. Und zwar geht es runter von 70 auf 60, ein Minus von 10 Millionen. Auch hier kann ich nur sagen, die Community hatte gute Argumente für 60 Millionen. Konnte man sehr gut mitgehen. Alphonso Davies ist, finde ich, sogar nochmal ein recht interessanter Fall, weil er auch einer der wenigen Spieler ist, wo ich persönlich sagen würde und wir haben dann im Marktwert-Team auch länger drüber gesprochen. Fonsi ist so ein Spieler, der vielleicht im Leistungswert auch niedriger ist, selbst auf diesem Niveau, als der Marktwert. So die Leistungen sind echt nicht mehr so gut, wie sie waren in seiner... Es ist komisch, bei einem 3-, 24-jährigen Spieler von der Prime zu sprechen. Aber zu seinem Zeitpunkt, wo die Bayern auch die CL gewonnen haben, wo er wirklich auf der ganzen Welt gehypt wurde, er bringt immer noch ein interessantes Paket mit, ist super schnell, könnte theoretisch offensiv spielen. Auch sein Marketing-Potenzial ist sehr hoch. Also grundsätzlich jetzt auch bei dem Realinteresse sehen wir ja, er hat einen gewissen Wert, der wahrscheinlich sogar den Wert seiner Leistungen übersteigt. Deswegen ist es bei ihm auch schwierig zu sagen, wo es jetzt Schluss nach unten hin, weil man vielleicht leistungsmäßig niedriger gehen müsste. Aber er hat einfach dieses Potenzial auf dem Markt. Scheinbar entscheidet er sich ja für Real Madrid. Ich glaube, die Premier League würde ihn auch sehr gerne vom Wechsel nach England überzeugen. Also Interesse ist definitiv da. Ist ja auch noch nicht ausgeschlossen, dass er doch noch seinen Vertrag bei Bayern verlängert. Gehaltstechnisch sollen sie aktuell irgendwie so 6 Millionen auseinander sein. Ja, selbst das wäre noch möglich. Wir machen weiter. Ich habe gesagt, wir wollen nicht nur auf Bayern-Spieler gucken. Das haben wir in den Dritten in Folge. Aber dann ist auch Schluss mit Bayern, versprochen. Es geht um einen Spieler, der im letzten Jahr auf 50 Millionen Euro aufgewertet wurde. Da ging es sehr, sehr steil nach oben. Da gab es manche, die gesagt haben, finde ich richtig geil, dass wir nicht mehr so zurückhaltend sind und schnell aufwerten. Da gab es aber auch natürlich welche, die gesagt haben, warum denn jetzt so schnell so hoch? Die Rede ist von Mathis Tell, dem 18-jährigen Mittelstimmer vom FC Bayern. Da geht es jetzt runter von 50 um 10 Millionen auf 40. Ist das eine Abwertung, die wehtut, aber unabdingbar war? Oder war das so einer, wo man sagt, hätte man auch beibehalten können? Ich würde schon sagen, als Teil des Marktwert-Teams tut es schon eher weh. Wir sehen ja alle, was für ein Potenzial Tell hat. Und ich glaube, ich kann auch für sehr viele Fans sprechen, nicht nur für Bayern-Fans, sondern Fußball-Fans, die einfach mehr von ihm sehen wollen würden und sich auch fragen, warum er meistens erst in der 77. Minute kommt. Er ist halt immer noch 18, das darf man nicht vergessen. Hat auch schon beim Wechsel zu Bayern fast 30 Millionen gekostet. Sich seitdem sogar weiterentwickelt. Hätte vielleicht auch schon sogar einen Schritt weiter sein können, wenn er mehr Einsatzzeit hätte. Aber wir haben das ja alle mitbekommen, so Oktober, November letzten Jahres, also kurz vorm Winter-Update. Und der Hype war riesengroß. Tell hat ein Joker-Tor nach dem anderen gemacht, war sogar bei der Nationalmannschaft im Gespräch. Da sind wir halt frühzeitig auch sehr hoch gegangen, wie du schon gesagt hast, 50 Millionen. Aber ein hoher Marktwert ist ja auch immer eine gewisse Bürde beziehungsweise ein Druck, dass du dem Stand halten musst. Du musst halt auch irgendwann liefern, weil wir können auch ab einem gewissen Marktwert nicht sagen, okay, ist ja eigentlich egal, wie die Leistungen sind, sondern ab einem gewissen Punkt musst du halt einfach abliefern. Dafür hat er zu wenig Chancen bekommen. Wir haben solche beim Spiel in Freiburg gesehen. So, okay, vielleicht wäre ein Startelf-Einsatz auch mal gerechtfertigt, direkt ein Tor gemacht. Auch hier wirkt es jetzt hart, von 50 auf 40 runterzugehen, muss man auch fairerweise sagen. Da sind wir auch der Community sehr entgegengekommen, weil auch die gesagt hat, er muss runter. Was in dem Sinne ja auch gut ist, weil sie auch für den, also sie waren für den hohen Anstieg. Dann haben wir jetzt gesehen, okay, wir haben uns alle viel erhofft. Aber aus unterschiedlichsten Gründen ist das bis jetzt noch nicht passiert. Genau, oder? Es muss ja Gründe haben, warum dann trotzdem ein Erik Maxim Schubomoting ihm vorgezogen wird zum Beispiel. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, aber es ist halt einfach so, dass das passiert. Und dann ist es halt so, wie du begründet hast, dann ist es halt nicht egal, dass er nicht spielt oder wenig spielt, sondern es hat irgendwoher seine Gründe und dann muss man dementsprechend das auch im Marktwert widerspiegeln. Genau, und hier sind wir auch der Community gefolgt, die ihn erst aufwerten wollte, wie gesagt. Auf 50 Millionen haben wir dann auch gemacht. War auch zu dem Zeitpunkt gerechtfertigt. Jetzt sehen wir halt alle, okay, er geht jetzt nochmal einen Schritt zurück. Und ja, es trifft auch auf breite Zustimmung. Was ja nicht heißt, dass er nicht wieder deutlich hoch kann, wenn er jetzt wirklich Stammspieler wird. Also wenn Mathis Tell vielleicht sogar einen Stammplatz bekommt nächstes Jahr, dann reden wir nicht über 40 oder 50 Millionen. Dann gehen wir vielleicht sogar auch eher in den 100-Millionen-Bereich, weil da einfach diese Basis da ist. Er hat jetzt einen Rückschritt gemacht im Marktwert, auch in den Einsatzzeiten. Aber ich hoffe, dass es da bald wieder hochgeht, weil auch Mathis Tell einfach ein Spieler ist, den man gerne spielen sieht. Absolut. Wir bleiben in dem Altersegment und in der Position oder bei der Position. Und schauen auf Yusufa Moukoku, 19 Jahre alt, Mittelstimmer vom BVB. In dieser Saison erst 345 Minuten in der Bundesliga auf dem Platz. Bevor ich da auf den neuen Marktwert eingehe, der lag vorher bei 30, haben wir hier wieder ein schönes Zitat aus dem Forum, aus der Marktwertanalyse vom TM-User Streetkicker98. Da muss eine Abwertung her, spielt kaum in der Nationalmannschaft kein Thema mehr und wie es der Lauf des Lebens will, wird auch ein Moukoku älter. Ich kann verstehen, dass man mit 17 oder 18 den Marktwert hoch angesetzt hat, wegen des möglichen Potenzials. Ich meine, Musiala und Wirz haben ja gezeigt, wie man sich entwickeln kann und die wurden in der Jugend nicht so extrem gehypt wie Moukoku. Wenn man mit knapp 20 aber immer noch kaum eine Rolle spielt, dann kann man keine 30 Millionen wert sein. Es geht runter von 30 auf 25. Ja, auch hier wieder sehr gut beschrieben. Moukoku ging im sehr, sehr jungen Alter sehr hoch, auch gerade, weil das absolut herausragend war, wie er in seine Profikarriere gestartet ist. Hat er auch mit 16 direkt getroffen. Das ist einfach sehr selten zu sehen. Und da bin ich auch ein bisschen, ja, nicht enttäuscht, aber auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil auch wir das Talent ja alle sehen bei ihm. Aber es sind halt absolut, ja, zu wenig Möglichkeiten, die er bekommt, sich zu zeigen. Und auch hier, er ist früher auf einen Marktwert von 30 Millionen gegangen. Natürlich bei Talenten geht man nicht so schnell runter, wie bei anderen Spielern. Aber ich habe ja eben schon bei Teil gesagt, ab einem gewissen Marktwert müssen dann auch entsprechende Leistungen kommen. Und er hat halt nicht die Chance bekommen, sich zu zeigen. Was uns aber auch zeigt, oder was uns eher das Signal gibt, wir sind da aktuell ein bisschen zu hoch gewesen, gerade was auch den Status anbelangt. Wie das mit der Ablöse aussieht, muss man schauen. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, wir reden hier immer noch von einem 19-Jährigen, dass er auch erst mal ausgeliehen wird. Sollte man vielleicht dem BVB eher raten, als da gleich direkt zu verkaufen. Wir sind da jetzt ein bisschen darauf angewiesen, zu sehen, wie andere Vereine auf seine Entwicklung reagieren. Sein Status beim BVB ist zweifellos gesunken, gerade auch durch den Transfer von Füllkrug. Wie es da weitergeht, es wird spannend. Was würdest du denn sagen, wie sieht denn bei Moukoukou so die Zukunft aus im Sommer? Ich habe es die letzten Podcasts auch schon gesagt, als junger Spieler musst du auf dem Platz stehen und musst du spielen. Und tut mir leid, es gibt auch da Gründe wie bei Tell. Bei Dortmund ist das halt aktuell nicht der Fall. Egal, ob jetzt Allaire durch seine Krebserkrankung ausgefallen ist, da hat er immer ein paar Einsätze, aber dann setzt man halt nicht auf Moukoukou im Anschluss, sondern verpflichtet halt einen Füllkrug. Was an meiner Stelle, wenn ich Moukoukou wäre, würde ich sagen, ja komm, also entweder habt ihr was gegen mich oder ich bin einfach nicht gut genug. Ich möchte spielen, ich muss spielen. Und da würde ich auch ganz klar zu einer Laie tendieren. Also ich glaube, es wäre viel zu früh von Dortmund jetzt zu sagen, bei einem 19-Jährigen, du hast es jetzt drei Jahre lang, übertrieben gesagt, nicht geschafft, wir verkaufen dich. Sondern da würde ich auf jeden Fall sagen, lass dich verleihen. Hol dann ein Jahr oder zwei Jahre viel Spielpraxis, Sammelerfahrung und ich glaube, dann reden wir von einem ganz anderen Jusuf Moukoukou, wenn er lange am Stück viel Spielzeit bekommt. Und dann geht es im Marktwett logischerweise auch schnell wieder hoch. Dann geht es wieder hoch, ja. Wir kommen zu unserer letzten Abwertung. Und zwar gehen wir zu Borussia Mönchengladbach ins zentral-defensive Mittelfeld zum 22-Jährigen Manu Kone. Von 35 Millionen geht es sehr deutlich runter. Um 10 Millionen auf 25. Und auch hier haben wir wieder eine Meinung aus dem Forum von TM-User VfL Mark. Auch wenn es mir schwerfällt, aber alles andere als eine Abwertung ergibt keinen Sinn. Manu hat es in dieser Saison nie geschafft, mal ein paar gute Spiele hintereinander zu machen. Auch die Verletzung ist nun schon lang genug her, dass man das nicht mehr als Ausrede nehmen kann. Auch hier wieder gut erklärt. Bei Kone ist es auch wirklich eine Entwicklung, die so nicht vorherzusehen war. Also wir sind ja kurz vor der Sommertransferperiode in 2023, haben wir ihn aufgewertet. Es gab viele Gerüchte nach England. Es haben sogar einige Quellen davon gesprochen, dass er quasi in den nächsten Wochen auch wirklich wechseln wird. Da waren die ganze Zeit nur Summen so um die 40 Millionen im Gespräch. Deshalb, man wusste, okay, es wird in einer gewissen Preisordnung stattfinden. Dann hat er sich bei der U21 verletzt, ist die gesamte Transferperiode quasi oder den Transfersommer ausgefallen. Hat dementsprechend keinen neuen Verein gefunden. Gladbach konnte nicht verkaufen. Seitdem hat sich halt viel geändert. Gladbach im Umbruch, Kone zur Saisonstart verletzt gewesen. Und wie der User gerade schon meinte, die Leistung war nicht mehr das, was wir von Manu Kone erwarten können. Und er auch wahrscheinlich von sich selber erwartet. Dann muss man halt schon sagen, dass er dann auch in dem Fall quasi älter geworden ist, noch weniger Leistung zeigt und sich nicht gerade empfohlen hat für einen Wechsel in diesen Regionen. Deswegen mit 25 Millionen muss man fairerweise sagen, ist er auch gerade im Bundesliga-Vergleich als zentraler Mittelfeldspieler immer noch sehr gut bewertet. Was auch sein Talent zeigt, weil das wissen wir alle, er ist sehr talentiert. Vielleicht würde ihm ein Tapetenwechsel gut tun. Letztendlich müssen wir aber davon ausgehen, dass ja nicht mehr die gleichen Ablösesummen im Gespräch sein werden wie im letzten Jahr und deshalb auch sein Wert quasi auf dem Markt gesunken ist. Ja, ich finde, daran merkt man immer relativ gut, wie schnelllebig doch wieder das Fußballgeschäft ist. Im Sommer spricht man von einer Ablöse von 40 Millionen plus und dann läuft es halt ein Dreivierteljahr gar nicht mehr rund und schon geht es deutlich runter im Marktwert auf jetzt, wie gesagt, 25 Millionen Euro. Und damit sind wir auch jetzt schon nach knapp einer Stunde am Ende angelangt mit den Begründungen zu 15 Spielern, beziehungsweise 16 mit Pavlovich natürlich noch dazu gezählt. Ich habe es schon erwähnt, aber ich betone es gerne noch ein drittes Mal, weil alle guten Dinge sind drei. Alle Werte gibt es bei transfermarkt.de nachzulesen. Auf Insta natürlich die Grafiken. Auf Twitch sind wir jetzt gerade, eventuell, wenn ihr es hört, live und besprechen zusammen alle Werte. Kann man direkt mal rüber wechseln. Könnt ihr direkt auch rüber wechseln, beziehungsweise das auch nochmal on demand danach angucken. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr da uns Feedback gebt. Hier beim Podcast natürlich in den Kommentaren. Schreibt es rein, ob ihr die Werte gut findet oder nicht, ob sie gut getroffen sind. Ansonsten natürlich gerne den Podcast mit 5 Sternen bewerten. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Lasst ein Like da bei dem YouTube-Video, was natürlich hier dazu auch noch kommt. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig. Du hast noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Oh, ja, okay, gerne. Seid aktiv in der Marktwertanalyse auf Transfermarkt, damit eure Meinung auch beim nächsten Update eine Rolle spielt. Deshalb bist du hier mit am Start, Krüger. Sehr schön, vielen Dank. Das darf natürlich nicht zu kurz kommen, keine Frage. Dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als mich von euch oder uns von euch zu verabschieden. Sehr schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und eingeschaltet habt. Und freue mich, euch nächste Woche wiederzuhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.